Melissa Mckati plus Anik Tröstale – Gilmour Gels Reunion in Griechenland Schöner Zufall! Gilmour Gels star Anik Tröstale freute sich, als er im Urlaub in Griechenland ganz. Denn Melissa Mckati verbringt ihre Ferien mit der Familie ebenfalls in Europa. Gemeinsam mit Melissa Mckati am Poll. Auf einem Foto, das Tröstale, der in der Serie den Koncierge Michel Gerard darstellte, bei Instagram teilte, sind die beiden entspannt lachend an einem traumhaften Poll zu sehen. Ich liebe es, wenn. So was passiert, schrieb der 47-Jährige zu dem Foto. Zufälligerweise haben wir beide raute magische Streaming-Raute bis der Urlaub. Melissa Mckati war bei den Wilmour Gels als Köchin zu KST. Ja, misst zu sehen. Tröstale und Mckati treten viel zusammen, da ihre Charaktere im gleichen Hotel arbeiteten. Lauren Graham war auch dabei. Irgendwie. Die kleine Wilmour Gels-Reunion wurde durch Lauren Graham kompletiert. Die Lorelei-Gilmour-Darstellerin war zwar nicht persönlich in Griechenland anwesend, aber Nick Tröstale. Auch davon postete er. Ein Foto bei Instagram. In Griechenland hole ich das Lesen nach. Endlich im Urlaub. Stolz auf meine Freundin Lauren wegen ihres lustigen und unterhaltsamen neuen Buches, schrieb er zudem. Schnappschuss. Melissa Mckati und der Ehemann Ben Falkone entspannen sich schon etwas länger im Europa-Urlaub. Anfang Juli teilte die Schauspielerin bereits ein Foto, das das Paar in Rom zeigt. Falkone lieferte auch einen Hinweis darauf, wo genau sich Melissa Mckati und Nick Tröstale getroffen haben könnten. Er postete ein Bild zum Abschied von der griechischen Insel Antiparos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017